Christian Döhring, einer von ihren 70 Philharmonikern. Since 2004, on the string for you, seit 2004 dabei, war ich zuerst in der zweiten Geingruppe beheimatet, bis ich dann 2014 in die Familie der Bratschen aufgenommen wurde. Und so passiert es mir, dass ich immer wieder die alten Stücke von der Geige mit rübernehme zur Bratsche, so auch diesen Tango von Isaac Albanese in der Version des berühmten Geigers Fritz Kreisler für Sie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und erlauben wir uns weiterhin auch zu singen und zu tanzen und Freude zu empfinden. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Bis dahin.